ein neuer tag ein neuer booster folge 972 hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren booster opening opening ich möchte die ghost rare ziehen ich möchte die unbedingt haben so heute geht es los mit vollgepanzerter schwarzstrahl lanzenträger dann haben wir exit schiffshalter oder xyz könnt ihr mir in die kommentare schreiben wie man das nur richtig ausspricht marinsessen doktor fisch reißender tribut und siebente ewigkeit ich glaube die haben wir heute alle schon mal da gehabt ja bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns